es geht los herzlich kommen bei einer weiteren Folge von Minecraft Adventure Maps mit dem Florian und dem René und mir dem Pazzi ich hab hier noch das Texture Pack hey hallo darf ich jetzt auch mal erklären du Schwanzkopf ja interessiert noch keine also ich habe keine Sauerstreut ich hab ein neues Texture Pack reingemacht weil das andere das war irgendwie wie sie bei mir ist es noch bei mir ist es noch nacht bei mir auch sauber René hast du gut gemacht ja halt dein Baul du bist auch runter gefallen ich rede darüber dass es nacht ist weil du das einstellen möchtest ja ich hab mich auf Zero gestellt ich hab auf Zero gemacht der versucht direkt hier mich zu bemerkern Gio ja wenn ich null mache was soll ein großartiges anderes sein ja mach doch selber die Tageinstellung ja ich kann jetzt nicht ja dann mach ich das jetzt ja René hat mal wieder nicht geschissen gekriegt verheizt im Maul okay time oh Gott äh wie soll das jetzt Null das sind hier unten irgendwie ist dein Tod ein bisschen merkwürdig glaube bei mir tut mir leid nicht so deutlich wie sonst immer ja sorry ich hab nur Angst dass das dann in der Aufnahme ist ja und hoffentlich ist das bei mir so ja schön für dich Passi höre ich mich scheiße an äh nein nicht scheiße komisch hat er gesagt äh ich hab irgendwie gescheatet what the fuck dann geht noch mal zu tun dann gehe ich will ich bin durch eine Höhle gelaufen ich hab Kuchen so nein sauber Kuchen gegessen jetzt mal okay nein nein worüber können wir jetzt großartig reden wir machen jetzt extra für diese Aufnahme lassen wir extra für als Lieblingsendung sausen ist so voll die Homo Schwanzkopf hier reality show was nicht so richtig reality ist ja aber es ist trotzdem witzig okay fuck ach kacke also ich finde dieses texture pack ich finde dieses texture pack um einiges besser als das was ich vorher drin hatte also jetzt aber mach nicht pro Aufnahme immer wieder ein neues texture pack ne nein nein das war jetzt nur boah ja auf jeden fall das wird jetzt erstmal so bleiben und es ist viel besser es ist um einig um Welten ist dieses besser als das vorherige also ist das auch so ein sogenanntes hd texture pack nein doch klar es ist ein sogenanntes es ist ein hd texture pack ja es heißt äh der Link muss auch in die Beschreibung sonst darf ich das leider nicht auf youtube stellen äh nein ne das stand das stand auf der seite von denen hast du die seite ja ich weiß noch wie es heißt äh äh oh nein ja so weit war ich noch nie ach das war doch nicht weit ja aber so weit war ich noch nicht so weit war ich beim ersten Mal und um jetzt bin ich nicht einmal mehr so weit gekommen also ich weiß auf jeden fall wo ich den Link finde okay springst du jetzt die ganze Zeit weiter oder suchst du wer nach dem Link Florian ich spring schon die ganze Zeit okay du hast du währenddessen erzählt auch so multitasking genau erzählen und spielen das ist so schwer das kann keiner nennt man ja nicht irgendwie let's play du Idiot oh Gott boah wie ich nur jetzt feile ne guck mal wir starten und verkacken direkt hier die erste letzte boah der davor wo René so nass ja ist so aber dann werden wir nicht als Zusatte nichts gegen dich Rene danke ja aber einer ist immer der Arschloch einer ist immer der K genau irgendeiner jeder zumal es kann nur einer reden okay es kann nur einer der Klin sein es kann nur einer der Klin sein ist so wenn ihr das Klin auch ein Ort abgesehen von der Glatze und in sechs Punkten auf der Stirn werde eigentlich bei Star wer sagt eigentlich bei Star Wars Kredien um das dauert es ist das Prozent der Binks Quatsch nein das ist nicht gut Klin ist der Wegsau auf der guten Seite es hat sich nichts ist schattet 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 ach ja das ist auch der Kuh sollte ja schon ich habe mich vertreten ich vertrete mich immer mit der Sonne das ist der Abbruch nahe weiter da ja sagt wenn ich vertrete ab ab die Verpackung der Arbeit am besten ein ich verwechseln die Namen immer geht der Tatsache und Zauber bei Star Wars aber an der Bar das ist ja doch nicht fertig aber hey Fetzer gehen Fitnessstudio oder so ach komm, das wird doch nichts mehr ach komm, lass uns überspringen nein wie du nach 12, 10 Minuten oder so schon sagst, komm, lass überspringen nach 5 Minuten wow, du hast dir sogar noch ein eigenes Beinchen jetzt gestellt Beinchen was soll ich denn sonst sagen, Füßchen? Bein 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 vielleicht, Schwuchte Beinchen wir fangen übrigens auch demnächst ein neues Projekt an was kommt, es wird noch nicht verraten ja, wir wollen ja lieber Spannung bringen bei den 5 Zuschauern das musste auch erwähnt sein jetzt mal René ehrlich, mir ist aber auch schon aufgefallen, dass manche Projekte auch von ganz unterschiedlichen Personen auch mal zwischendurch ein Kommentar dargelassen wird aber immer von anderen boah, lecken ja also, wir müssen da doch schon mehr als mindestens 3, 4 sein ja, pass ja, okay ja, ernsthaft, ihr sagt immer, wir haben 5 5 Leute, die uns gucken aber ernsthaft bei manchen Videos haben wir einen Aufruf wenn nicht sogar kein ja und? ja, wenn es halt jetzt so Videos sind, die halt entweder keiner mag so boah, ne das kann auch sein, dass uns jemand einfach das kann auch sein, dass uns jemand wegen den Left 4 Dead Videos abonniert hat und auch hauptsächlich nur Left 4 Dead gucken möchte dann halt auch, wenn der sieht, oh, da wurde ein Left 4 Dead Video hochgeladen, dass er sich das Left 4 Dead Video anguckt Apropos Flo, Mike hat unsere, unseren Account gefunden ja, ist mir auch aufgefallen und der will jetzt jedes Video von uns desliken und der will meine Elgato kaufen lass ihn doch ja also nicht kaufen, ne, passi ach, ich geh doch, der will mir seine Elgato abkaufen der will mir meine Elgato abkaufen ja, deswegen sag ich ja, lass das nicht zu nein wieso solltest du das auch tun, ne ich will 100 ich will 200 Euro ok, man wie viel musstest du bezahlen? 155 wieso nicht 155 Euro und 10 Cent? weil 200 noch ein Stück mehr sind wegen der Mehrwertsteuer nein, die war ja schon dabei und den Fasand die war auch schon dabei alter, wie billig das ist teuer wie billig, ey, nur 155, ey die findet man auf der Straße die findet man auf der Straße, ne ist so ey, wie will ich nur Fan sein das Schlimme ist ja, reiche Menschen finden das in ihrem Bauchnäbel nein, reiche Menschen boah, Flo, du hast ja nicht mal den ersten gepackt wow haha oh Gott du hast ja nochmals ins Rücken gepackt doch ja, halt's mal ich schaff auch die Zeit ich verkack auch schon bei den ersten beiden die ganze Zeit gerade das ist ab, das ist abbehaltig wie kacke kann man, kann man denn sein? ja, das ist halt schwer nein, das ist gar nicht so schwer ja, dann mach's mal kurz eben, Pasi ja, dann macht's los dann schafft's, wenn's nicht so schwer ist die sind grad einfach nur derbe scheiße nein, das ist voll gut nein, nein, oh, Fail hör bitte auf, diese Geräusche zu machen ja, diese Geräusche machen mir eher mehr Angst ey, ich bin so schlecht gerade es gibt nur noch eine Sache, die mich jetzt aufmuntern kann weiche denn? Eis hey wir fehlen schon und du schlägst mich doch, weiße? ich hab Glück gesagt, es ist nur eine Sache, die mich aufmuntert hat nein und Eis das hätte mich jetzt auch aufgemuntert ja, das hätten wir dir gehen können nein, aber nein, du musst es Florian runterschlagen ehrlich gesagt hab ich ihn draufgeschlagen, aber er ist selber runtergesprungen heizt im Maul das ist das Sprung das mich im Sprung gestrickt hat, dann wird durch wir können es lange noch mehr ein dritter Anlauf, dritter Anlauf, dritter Anlauf, dritter Anlauf, dritter Anlauf, dritter Anlauf Fakt wir können es lange genug darüber, weil ich bin, hier wird eigentlich auch, da so scheiße, wenn man kaffelt ist du musst jetzt nicht mehr Boah, ich hasse das langsam, dieses Challenge. Nein! Fick dich, Fuzzy. Spack. Spack? Fick dich, nein! Das ist Sparta! Leck mich! Hau ab, Fuzzy! Geh zum Start! Geh zum Start! Ich hab zwei. René Hilfe! Ich kann dir nicht helfen! Ey, ich muss hier hoch! Nein! Leck mich! Boah, du Hurensohn! Nein! Wie sollst du dich einfach locker gelassen? Du Sumpfkind, ey! Weil Pazzy Rache will, Flo. Pazzy ist rachesichtig. Bist so, Schwucht, ey. Weil René mach ich ja gar nichts. Nee, hast du noch nie was gar hier gemacht, ne? Habe ich heute was bei dir gemacht? Habe ich heute was bei dir gemacht? Ja! In der Aufnahme meine ich, ne? Nein! In der Aufnahme noch nicht. Noch. Nein! Ich habe auch nicht bei dir was zu machen. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! So. Ich bin halt ein Star. Nicht. Du bist der Blitz. Weil ich die beste bin. Weil ich mich so appraiser will. Fritzpizza mit Käse! Ja! Ja! Ich bin weit! Wo bist du denn weit? Du weißt, dass du, wenn du auf der Leiter bist, ne? Musst du noch auf den da drüben, daneben, ey! Ja! Irre! Was? Den hab ich erst einmal fast... Den hab ich einmal geschafft und nicht drüber gelaufen. Der Sprung ist so abartig. Ich hab jetzt grad Kuro-Sprung. Ich bin so unweit, ne? Ganz viele. Ich weiß nochmals, was ein Kuro-Sprung ist. So scheiße. Dann backst du irgendwie, dann sprints... Dann hörst du auf einmal auf zu sprinten, dann sprintest du wieder und dann hörst du wieder auf zu sprinten. Und du sprintest wieder. Jetzt hatte ich gar keinen Sprung. Hast du vergessen zu sprinten? Nein! Ich hatte keinen Sprung. Ich hab vergessen zu springen. Oh! Tut mir leid für dich noch. Nein! Jetzt hab ich vergessen zu springen! Mama... Oh! Jetzt hat er vergessen. Nee, du hast ja nur mit den ersten Sprung geschafft. Och, aber den zweiten nicht! Ach! Wo? Duro! Oh, nein, nein! Fail! Ganz ehrlich, nach der Challenge können wir schon wieder aufführen, ey. Ey, kann doch nicht so schwer sein. Ja, siehst du doch, oder? Wir sind halt... Oh nein! Oh Gott! Ich hab mich an René ablenken lassen. Oh Gott, dein Hintern ist nicht sehr schön, René. Voll rot. Was? Nein! Ja, diesen Ausschlag hab ich schon seit ein paar Wochen nicht weiter. Hier verkacke ich immer. Nein! Nur da? Ja, irgendwie da. Ich spring mal zu weit ein bisschen. Ich halt mich immer in den Leitern fest, aber... Nein! Mein Schwung drängt mich immer noch vor der Leiter. Oh, weiß, was ich jetzt schon hasse, wenn wir zu den Diamantblöcken kommen. Tja. Nein! Da kriegt man auch einen Krebs, ne? Da kriegt man auch einen Krebs, ne? Sechheit der Elternmarkt werden wir hier nachmachen. Ey, Mann! Wir müssen das mit dir schaffen. Die dauert noch ein bisschen, René. Der denkt schon an die nächste, ey. Und irgendwie hab ich das Gefühl, das werden so um die drei, sechs, vierzig Folgen. Ja, okay. Krieg dich mal ab. Ich schätze ein paar mehr. Wie viele? 90 bis 100. Boah! Weil... Ganz ehrlich, aus der ersten Aufnahme haben wir sechs Parts gekriegt. Und, ähm... Wir sind jetzt schon bei Challenge 29. Ja. Und, äh... Die, ähm... Es werden fast tausend, ne? Wir halten den Krog mit. Wir, äh... Brauchen jetzt mindestens schon zwei, drei Folgen an dieser Challenge hier. Ja, ja! Zwei, drei... Wo muss ich jetzt auf... Junge, warte, Junge, warte! Da, auf den, auf den da. Tja.